Die Gesellschaft, die EGT-Zertzüchte im Kanton Thug seit 15 Jahren ist der Vizepröscher, die Wahlwirtschaft des Sozialdeckes im Kanton gelassen, einen richtigen Arbeitgeber mit über 1015 Angestellten. Die EGT-Zertzüchte aus dem Kanton Thug überlegt, zu denken, sei er zu würden, und erinnert den Struktur Sozialvorsteher Andreas Bossert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wohnungsmehrer EGT-Zertzüchte und die von den Staaten wirklich beforstet werden. Ich sage nur noch Arztprojekte, die für die sozialen Länder, die von Leuten arbeiten können, ich denke, es ist gerade wieder ein Podium 1, das ist die Leid für Anständige, und ganz viele andere Projekte im kulturellen und sozialen Bereich, die natürlich zum Vorteil der öffentlichen Allgemeinheit. Der Zugerstatter Andreas Bossert, gegen측ie, die Kultursen imarium berderen, in etwa www.prediamuschennel.de www.prediamuschenau.de Amen. 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 Amen.